Dieses Mal haben wir jede Menge News und neue Produkte für dich. Wir sprechen unter anderem über die neuen Tracker von Tile, News aus der Apple-Welt und vieles mehr. Hier ist das Tink-Update im November. Wir starten mit den smarten Trackern von Tile. Diese smarten Tracker sollen dir ähnlich wie bei den beliebten Apple AirTags dabei helfen, verlorene Gegenstände wiederzufinden. Tile hat nun sein Sortiment aufgefrischt und das neue Produkt Tile Ultra präsentiert. Was bereits 2021 im Gespräch war, wird nächstes Jahr Realität. Der neue Tracker ist der erste in der Produktreihe, der sowohl Bluetooth als auch ultrabreit Band Konnektivität unterstützt. Das verspricht eine hochpräzise Ortung verlorener Gegenstände. Der Tile Ultra greift auf die sogenannte Point- und Locate-Funktion zurück, die ähnlich der Apple AirTags eine genaue Augmented Reality-Suche ermöglicht. NutzerInnen wird somit die Ortung ihrer Gegenstände erleichtert, indem sie mit Hilfe der virtuellen Suche über die Tile-App direkt zum Objekt geleitet werden. Das Beste daran, Ultra Breitband zeigt nicht nur die Richtung und die Entfernung zum Gegenstand an, sondern ist auch in der Lage, räumlich Angaben zu machen. Egal ob im Regal oder unter dem Küchentisch, Tile Ultra findet deinen Schlüsselmund immer. Hierfür arbeitet Tile vorwiegend mit Google zusammen, um die virtuelle Suche mit Ultra-Breitband-Unterstützung auf Android 12 zu bringen und die Ortung präzise zu gestalten. Doch auch Apple-NutzerInnen kommen nicht zu kurz, denn Tile Ultra ist ebenfalls mit iOS-Geräten kompatibel. Im Gegensatz zu den Apple AirTags verzichtet Tile jedoch auf die Integration seiner Geräte in der Woist-App in der iOS-Version. Neben dem neuen Ultra verpasst Tile seinen anderen Trackern ebenfalls ein Update. Dies zeigt sich nicht nur im Design, sondern auch in verbesserten Funktionen. Dazu gehören laut Hersteller eine größere Suchreichweite, ein lauterer Signalton und eine noch bessere Möglichkeit, verlorengegangene Gegenstände mit ihren BesitzerInnen wieder zu vereinen. Alle Teilgeräte sind nach dem Update dank IP67 wasserdicht und trotzen niedrigen Gewässern für bis zu 30 Minuten lang. Pünktlich zum Beginn der Heizsaison dürfen wir mit FISMAN ein neues Highlight im Bereich Smart Home Heizung bei TINK begrüßen. Der Experte für Klima- und Heizlösungen wird auch nach über einem Jahrhundert Firmengeschichte nicht müde, neue Innovationen aus dem Ärmel zu schütteln. Nun hat das Traditionsunternehmen seine neue V-Care-Reihe präsentiert. Mit Hilfe der smarten V-Care-Geräte wie Klimasensor oder Heizkörperthermostat störst du deine Heizung bequem und sicher über Smartphone. Und du musst dir keine Sorgen mehr machen, denn das Ganze funktioniert auch ohne bestehendes FISMAN Heizsystem. Du hast die volle Kontrolle über die Temperaturen in deinen Räumen. Ganz einfach via Smartphone-App oder per Sprachbefehl. So kannst du einiges an Energiekosten sparen. Außerdem ist deine Privatsphäre mit einer FISMAN Heizung im Smart Home besonders gut geschützt. Denn deine Daten unterliegen deutschen Privatsphäre-Standards. In der V-Care-Reihe finden wir als erstes den Klassiker das Thermostat. Dank der beigelegten Adapter lässt sich das Thermostat ganz einfach an alle gängigen Heizkörper montieren. Einmal installiert zeigt das digitale Display des Thermostats fortan die aktuelle Raumtemperatur. Neben der bereits erwähnten Steuerung via App kannst du das Thermostat zusätzlich manuell am Gerät steuern. Und das in praktischen 0,5 Grad Schritten. Kleiner Side-Fact. FISMAN produziert seine smarten Thermostate in Europa. Hohe Qualität All-Inclusive also. Und neben dem Thermostat findet sich im V-Care-Sortiment auch ein Klimasensor. Dieser versteht sich als sinnvolle Erweiterung zum smarten Heizkörperthermostat. Dank Batteriebetrieb lässt er sich dort platzieren, wo du ihn gerne haben möchtest. Und dort erfasst der Sensor daraufhin stetig die Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit. Und erhöht so die Messgenauigkeit deiner smarten FISMAN-Heizung. Für die Steuerung der V-Care-Produkte benötigst du, wie üblich im Smart Home, eine Bridge. Die hier. In diesem Fall den Vito-Connect von FISMAN. Dieser sorgt dafür, dass deine smarten Thermostate und Sensoren mit den WLAN verbunden werden. Das smarte Heizungssystem haben wir euch auch in einem separaten Video noch einmal genauer vorgestellt. Und auch auf tink.de findet ihr natürlich alle neuen Produkte und News dazu. Diesen Monat haben wir neben FISMAN auch noch viele weitere neue Produkte bei uns in den Shop aufgenommen. Und diese stelle ich euch kurz in unseren Short News vor. Und vorab, wenn ihr mehr zu den Produkten erfahren wollt, besucht doch unseren Shop oder gleich unseren Blog mit dem Namen Next. Bang & Olufson. Optische Hingucker und akustische Klangwunder. Mit Bang & Olufson begrüßen wir einen echten Profi in Sachen Sound bei uns im Shop. Die Lautsprecher und Kopfhörer überzeugen nicht nur mit ausgezeichnetem Klang, sondern auch optisch sind sie ein wahres Highlight. Tink bietet ab sofort eine breite Auswahl des HiFi-Experten aus Dänemark an. Smarte Beleuchtung mit Leadvance. Weiter geht es mit den Neuzugängen im Shop. Wir heißen Leadvance im Shop herzlich willkommen. Passend zur dunklen Jahreszeit sorgen die smarten Leuchtmittel von Leadvance für Gemütlichkeit und Komfort in den eigenen vier Wänden. Das Produktportfolio von Leadvance ist ebenso individuell anpassbar wie intuitiv. Insbesondere was die Vernetzungs- und Steuerungsmöglichkeiten angeht. Dabei bietet Leadvance Lösungen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich deines Zuhauses an. Twinkly Strings, die smarte Lichterkette. Ehe wir uns versehen, ist ja schon wieder Weihnachten. Mit Twinkly Strings stellst du dir deine Wunschbeleuchtung für die Feiertage ganz individuell zusammen. Mit dieser Lichterkette kreierst du verschiedenste Lichteffekte und Animationen ganz nach deinem Geschmack. Egal ob Weihnachtsbaum, Treppenaufgang oder Fensterdeko, mit Twinkly Strings, Twinkly Icicle, der smarten Lichterkette in Eiszapfenform oder Twinkly Curtain, dem Lichtervorhang, wird jedes Weihnachten zu etwas ganz, ganz Besonderem. Auch unabhängig von den Feiertagen bieten die Produkte von Twinkly natürlich einzigartige Beleuchtungsmöglichkeiten. Die smarten und flexiblen LED-Streifen von Twinkly Line sind fast überall anzubringen und super schnell eingerichtet. Google Nest Cam mit Flutlicht. Einfach mehr im Blick haben. Das verspricht Google mit der neuen intelligenten Sicherheitskamera für den Außenbereich. Die intelligente Außenkamera mit Kabel erkennt wichtige Aktivitäten und vermag zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren zu unterscheiden. Das integrierte Flutlicht schaltet sich bei erkannter Bewegung gegebenenfalls automatisch ein. Passiert all das, erhältst du ebenfalls automatisch eine Benachrichtigung auf dein Smartphone via Google Home App. Und darauf hast du bestimmt schon sehnsüchtig gewartet. Zu guter Letzt schauen wir noch auf das Apple Oktober Event mit dem Titel Unleashed. Apple hatte diesmal den Fokus klar auf seinen hauseigenen M1-Chip gelegt. Den gibt es nun auch in der Pro und einer Max-Ausführung. Der Chip kommt natürlich auch in neuen Geräten zum Einsatz. Apple hat sowohl 14 wie auch 16 Zoll Geräte seiner beliebten MacBook Pro-Reihe angekündigt. Die neuen Geräte überzeugen mit herausragender Leistung, besonders in Profi-Anwendungen wie Audio, Video oder 3D-Animationen. Aber auch abseits der neuen Rechner gab es News. So wird der sehr beliebte HomePod Mini, der auch als Smart-Home-Zentrale für euer HomeKit-System fungieren kann, nun in neuen Farben angeboten. Der hauseigene Musikdienst Apple Music wird auch in einer abgespeckten Voice-Version zu einem günstigeren Preis angeboten. Das Modell wurde speziell für den Voice-Assistenten Siri entworfen und soll ab Herbst auch in Deutschland verfügbar sein. Verzichten müssen User allerdings auf die Features wie 3D-Audio, Lossless-Audio oder Song-Texte. Hierfür wird weiterhin das teure Standard Apple Music Abo benötigt. Apple Music Voice soll dafür bereits schon ab 4,99 Euro im Monat verfügbar sein. Apple aktualisierte auch die sehr beliebten AirPods. Die AirPods 3 erhalten ein neues Design und dazu natürlich auch viele neue Funktionen. So finden wir unter anderem auch 3D-Audio. Dieses Feature war bis jetzt den Pro- und Max-Modellen vorbehalten. Apple verspricht zudem einen satteren Bass und klare Töne im höheren Frequenzbereich. Eine Akkuladung soll deinen Musikgenuss auf bis zu 6 Stunden bringen und mit dem Akkukase kommt ihr auf bis zu 30 Stunden. Das Ladecase unterstützt nun auch MagSafe. Ja, das war's schon wieder. Diesen Monat schnell ging's vorbei wie immer. Habt ihr noch Fragen zu unseren neuen Produkten, dann schaut doch gerne auf tink.de vorbei oder auf unseren Blog. Würden uns sehr freuen. Und ja, auch über dein Abo. Also klick mal hier auf diese kleine Glocke. Und so verpasst du nämlich keine neuen News mehr. Also wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.